Der erste Reflex des heutigen Nachmittags, alles super, kann ja gar nicht schlecht laufen. Warum das Ganze? Na gut, es gab eine Nachricht, die ist für einige ganz wichtig, auch wenn man sich überlegen muss, ist die jetzt wirklich weltbewegend? Ist sie wirklich so viel anders? Ihr seht schon CPI, Consumer Price Indizes, oder wer es nicht weiß, das sind die Verbraucherpreise aus Amerika, die Kernrate und die normalen CPI-Daten. Und die sind etwas niedriger rausgekommen, als erwartet worden war, zumindest mal in der Kernrate, ihr seht das hier, im Jahresvergleich 0,8 war es zuvor, 0,8 wurde erwartet, 0,7 ist es geworden, das ist doch schon mal eine ganz gute Nachricht, auf Monatsbasis, wenn man ehrlich ist, naja, so wie es erwartet wurde, nicht außergewöhnlich. Ebenso die CPI-Daten, ein bisschen besser als erwartet, aber schlechter als zuvor, die Nicht-Kernrate, also von der Seite aus gab es da ein bisschen eine Entspannung für den Zinsmarkt in, wie soll man es sagen, Lobelidosen, wenn man so will, homöopathischen Dosen, wie man so schön sagt, also ein klein bisschen eine Entspannung von der Seite aus, was vielleicht den ein oder anderen latent dazu bewegen könnte, ja, die Notenbank hat nicht mehr so viel Druck. Ob das allerdings ausreicht, ist mal eine ganz andere Geschichte. Das andere ist der Arbeitsmarkt, die Initial Job List Claims, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind etwas höher ausgefallen, als erwartet, 248.230 waren erwartet worden, 227 zuvor. Also, wenn man das so sagen will, ein klein bisschen der Shift in Richtung Probleme mit der Konjunktur im Gegensatz dazu zu Entspannung auf der Inflationsseite. Und das mag von dem einen oder anderen interpretiert werden, im Sinne von, na, dann wird die Notenbank vielleicht nicht mehr so viel die Zinsen erhöhen, vielleicht auch gar nicht mehr, hoffentlich, wird der ein oder andere denken. Aber wir brauchen vielleicht Unterstützung von der Notenbank, vielleicht geht es dann doch weg vom Tightening, wieder ins Easening, sprich Geld raushauen, das hat so schön funktioniert nach Corona. Jetzt einfach nochmal die Geldschleuse aufmachen, damit die Preise an den Börsen nach oben gehen, das wäre doch super. Aber vielleicht hofft der ein oder andere da drauf und deshalb war wohl die erste Reaktion da drauf eine relativ positive. Ihr seht das hier, der Dow Jones, der ist zumindest mal ein bisschen nach oben geschreckt hier, als die Daten rauskamen und das hat sich noch eine Weile fortgesetzt. Jetzt kommt es wieder so ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt dann so langsam sagen, so doll war das jetzt auch nicht. Ich will das nicht schlecht reden, um Himmels Willen, das steht mir gar nicht zu. Aber zumindest so ein bisschen eine Gegenbewegung ist da. Das, was wir gestern als einen möglichen Long Trigger genannt haben, der ist beim Dow getriggert worden. Und wer jetzt erhofft, na, damit ist doch jetzt klar, hast du ja gesagt, das kann jetzt nur nach oben gehen. Ja, die Chancen dafür sind relativ gut, dass das passiert. Und wenn, dann haben wir ja vielleicht noch eine ganze Menge Platz nach oben, aufgrund dessen, dass das zwar nicht die erste Korrektur ist, wir hatten hier ja welche, aber alle anderen waren vorher größer. Das habe ich jetzt so häufig erklärt, mache ich jetzt nicht nochmal. Das heißt, wir sind in der ersten Korrektur dieser Größenordnung. Alle anderen Korrekturen waren deutlich größer und deshalb wahrscheinlich nicht direkt vergleichbar. Sprich, wir haben vielleicht, wenn es wirklich bullish bleibt, eine ganze Menge Potenzial noch nach oben. Allerdings immerhin im übergeordneten Bild, selbst wenn es jetzt doch nochmal tiefer geht, ihr kennt die Marken von gestern, 34.800 etwa, ihr könnt euch so ein bisschen orientieren. Leicht unterschreiten geht. Warum? Wir wollen noch keine Überschneidung. Ja, aber leicht unterschreiten würde immer noch bedeuten, die ist kleiner. Und wenn sie kleiner ist, darf sie überschneiden. Das haben wir hier auch gesehen. Die ist zugegeben ABC und überschneidet sich mit der. Aber da würde man nicht auf die Idee kommen, dass das die gleiche Größenordnung ist, sondern man geht dann wahrscheinlich eher davon aus, das ist eine kleinere. Also solange der Kurs in der Nähe dieser Marke bleibt, trotz Überschneidung, ist das noch gerade so in Ordnung. 34.810 habe ich hier mal so halbwegs markiert, als eine entsprechende Marke. Ja, das klingt gar nicht so überzeugend für die Long-Seite. Gestern hat er doch noch gesagt, ist das hier ein schöner Long-Einstieg. Also es ist auf jeden Fall mal ein Long-Einstieg. Den kann man sich grundsätzlich mal merken an der Stelle. Wer da Long gegangen ist, hat nicht generell etwas falsch gemacht. Es ist nur die Überlegung, es kann noch mal tiefer gehen. Warum bin ich so zögerlich bei der Geschichte? Dazu müssen wir mal auf eine andere Zeit gehen, nämlich zum Beispiel im 15-Minuten-Chart. Von diesem tiefsten Punkt aus, das war dieser tiefste Punkt und das war der mögliche Trigger hier. Ihr seht das letzte Tief, vorletzte Tief und ich sage mal, das hier war der mögliche Trigger, den wir hier hatten. Also nicht ganz so windschief, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Also an der Stelle sozusagen, das entspricht jetzt dieser Linie. Das hat er jetzt getriggert. Aber schaut euch mal diese Aufwärtsbewegungen an, die wir hier haben. Hier einen großen Rücksetzer. Okay, aber hier jetzt Rücksetzer. Hier, die sind jetzt schon fast ähnlich groß. Jetzt sind wir wieder, das wussten wir damals noch nicht, aber das war schon ein bisschen eigenartig. Jetzt sind wir wieder in der Überschneidung. Also so hundertprozentig glücklich mit der Long-Seite bin ich nicht, denn alles, was wir hier sehen, sieht ehrlich gesagt noch nicht so richtig doll aus. Wer jetzt diesen Versuch gewagt hat und gesagt hat, naja, aber man kann es ja auch mal versuchen. Ja, das geht natürlich. Dann müsst ihr euch jetzt überlegen, ob ihr sagt, naja, aber jetzt sieht es doof aus. Ich gehe jetzt raus, habe also vielleicht nur ganz wenig riskiert. Insbesondere wenig riskiert gegenüber der Chance, wie es weiter hätte laufen können, denn die Entfernung der Targets, also der mögliche Aufwärtsseite, die hätte durchaus eine ganze Menge noch Platz nach oben, wie wir ja schon mehrfach überlegt haben hier an der Stelle. So, aber die andere Variante ist, dann wirklich zu sagen, naja, wir haben ja gesagt, solange er hier unten durch nicht geht, ist das alles in Ordnung. Also das wäre die weite Stop-Variante, die dann eben auf dieses Tief hier beziehungsweise quasi dieses Hoch hier noch mal abzielt. Sprich, wenn es dann noch mal runterkommt, na gut, fänden wir jetzt nicht super toll, wäre aber eben noch möglich. Wir müssen wohl damit rechnen, denn das, was die Marktteilnehmer im Moment als Antwort hier liefern, ist noch nicht so 100 Prozent überzeugend. Das lässt noch ein paar Wünsche offen, so die Marktteilnehmer zumindest mal, die jetzt hier tapfer wieder runterkommen. Also, eigentlich, ja, die bullische Seite ist ja nach wie vor die, also nicht eigentlich, im Großen ist sie das nach wie vor, ist immer noch realistisch möglich. Denkt dran, das muss nicht sein, aber solange der Kurs oberhalb dieser Marken bleibt, ist Bullish absolut ein realistisches Bild. Und wer jetzt dann sagt, ich gehe jetzt raus, weil das kann gar nicht gehen, der macht aus meiner Sicht einen Fehler. Wer rausgeht, weil er sagt, ich will das nicht aussitzen, diesen Rücksetzer, und das kann ich verstehen. Das ist natürlich individuelle Einschätzung, ob man mit weiteren Stops arbeitet. Weitere Stops haben häufig höhere Trefferquoten, aber eben niedrigere Positionsgrößen, weil man ja mehr Stop hat. Also, um das Risiko gleich zu halten, ist dann natürlich die Gewinnseite auch entsprechend kleiner. Oder ihr arbeitet mit verhältnismäßig engen Stopp, dann werdet ihr häufiger ausgestoppt werden, habt aber natürlich wegen engerem Stopp größere Positionsgrößen und wenn es dann läuft, deutlich mehr, was da an Bewegungen auf eurem Konto passiert, in die gute Richtung. Da gibt es kein Gut und Böser. Das kann man immer erst im Nachhinein sagen. Beide Gestaltungsmöglichkeiten gehen. Wir mischen gerne beide, aber ich verstehe das, wenn einer sagt, ich brauche das eine mehr, ich brauche das andere mehr. Beides in Ordnung. Also, so 100% glücklich bin ich mit der Aufwärtsrichtung nicht. Vielleicht eine kleine Anregung, zumindest mal für die Intraday-Freunde. Aktuell, ich weiß gar nicht, ob wir hier auf dem 5-Minuten, ich lasse das mal im 15-Minuten-Chart, aber wenn ihr das hier im 5-Minuten-Chart anguckt und er macht jetzt wackelig hoch, ich habe keine Ahnung, ob er das wackelig hoch macht, aber wenn er das wackelig hoch macht, dann würde ich diese Short-Seite als Nachmittagstrades auf jeden Fall noch mal sehr hübsch finden. Also, Schub haben wir jetzt, die Abwärtsseite, wackelig hoch wäre jetzt die nächste Aufgabe. Trigger wäre die nächste für ein Interimshort und das muss ich immer wieder sagen. Wieso redest du von Short? Du sagst doch Bullish. Wir reden hier im 15-Minuten-Chart von einem Nachmittagstrade, also den man mal vielleicht machen kann für all diejenigen, die jetzt Intraday irgendwie was davor haben. Wer das gar nicht vorhat, der vergisst die letzte Minute und freut sich auf das, was vielleicht die anderen Indizes bringen. S&P nach wie vor an der möglichen Wendemarke, auch der hat sich ja einigermaßen gut nach oben entwickelt. Insofern ist das ebenfalls erstmal eine ganz gute Nachricht, die wir da haben, dass der Kurs mal nach oben gegangen ist. Ansonsten haben wir hier allerdings so ziemlich das gleiche Bild im Nachmittagsschart, dass wir hier doch ganz schön viele Rücksetzer ähnlicher Größe haben, die doch ganz schön überschneidend sind. Also der ist halt tiefer als der und gut, da könnte man vielleicht noch sagen, ist der vielleicht größer, aber ich habe ein bisschen Sorge, ob das wirklich schon das ist. Das war allerdings hier auch kein Long-Einstieg, das habe ich gestern aber erklärt, warum. Also da müssen wir jetzt im Moment nicht nochmal drauf eingehen. Das wäre eigentlich ein schicker Versuch gewesen. Ja und was nun? Wenn ich ehrlich bin, nachdem er es jetzt hier verhauen hat, also wie gesagt, das nicht so richtig toll aussieht, möchte ich eher, und ich möchte niemandem zu nahe treten, wer jetzt Long gegangen ist, aber möchte ich eher, dass er nochmal tiefer geht. Dann hätten wir einen neuen Tiefpunkt und dann würde ich von dem ausgehend wieder einen richtigen Start sehen wollen, den man dann für die Long-Seite nutzen kann, idealerweise sogar weiter. Also den kann es in allen Größen geben. Das kann sogar noch kleiner sein, dass er so aussieht. Das kann aber auch sein, dass er so steigt und danach erst die Pause. Man ist eigentlich völlig egal, in welcher Größe man ihn sieht, oder so machen wir das, was ihr macht, müsst ihr wissen, aber in welcher Größe wir ihn auch immer sehen, ist das etwas, was für ein Handel, zumindest mal der 1 zu 1 Projektion. Ob es dann mehr wird, ist eine andere Geschichte. Es kann mehr werden, weil wir ein ganz angenehmes Unterstützungsbereich oder Niveau hier gesehen haben, aber das muss es nicht, aber dann haben wir wenigstens mal die 1 zu 1 Projektion. Den Nasdaq muss ich euch im 15-Minuten-Chart nicht erklären. Auch hier sieht das so ein bisschen latent nicht so ideal aus. Wir hätten noch ein bisschen mehr Platz. Eigentlich würde ich mir hier das fast schon wünschen. Komm, jetzt hol dir die Zone hier ab, dann haben wir es abgefrühstückt. Dann können wir mit gutem Gewissen den nächsten Bullenmarktarm hier wieder machen, also die nächste Aufwärtsbewegung. Das kann auch schneller sein. Es muss also jetzt nicht sein, dass das hier noch bis September sich hinzieht. Also wenn er in den nächsten Tagen hier noch runterfallen sollte, wäre das immer noch in Ordnung. Aber ich halte das nicht für unmöglich. Immerhin, das ist vielleicht ein bisschen eine Beruhigung für die Bullen. Und diese Abwärtsseite sieht auch schon korrektiv aus, ist aber im Moment seit diesem Hoch im Abwärtstrend die richtige Richtung, also die Trendrichtung. Und weil das aber korrektiv ist, das ist häufig am Ende einer Trendrichtung. Also wir haben die latente Chance, vielleicht schaffen wir es ja doch noch hoch zu gehen. Müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Für mich ist es zu früh für einen Einstieg. Das hat er sich hier versaut. Oder, müssen wir anders sagen, die Marktteilnehmer haben es versaut. Hätten sie es schöner gemacht, hätten sie mich schon fast überzeugt und auch mein Geld eben im Markt, wie viel auch immer das nur ausmacht. Aber immerhin, da werden einige so denken, das haben sie hier nicht so schön hingekriegt. Deshalb ist da der Zweifel durchaus noch gegeben. Und dann warte ich persönlich lieber ab und gucke mir das noch mal eine Stufe genauer an. So, dann kommen wir auf den DAX. Den haben wir ja auch schon mehrfach durchgesprochen. DAX, starke Abwärtsbewegung, die Erwartungshaltung, höchster Punkt gemessen, tiefster Punkt gemessen, irgendwo in die blaue Kiste. Er ist da. Ein bisschen zu früh. Wir gucken immer noch gerne. Manchmal messen wir so ein bisschen den Winkel und eigentlich haben wir dann gerne, dass der Hochpunkt rechts von der Linie ist. Warum rechts? Naja, wenn er links ist, dann ist es steiler. Wenn er rechts ist, ist es flacher. Ich will aber ja, dass diese Seite korrektiv ist. Also, falls ich Short gehen will oder wenn ich die Abwärtsseite argumentieren will. Und korrektiv ist eben gerne flacher. Also insofern noch ein bisschen nach rechts wackeln wäre eigentlich ganz gut. Allerdings, naja, wenn er jetzt dann tatsächlich drehen sollte, ist er auch noch okay. Also er ist ja mehr oder weniger auf der Linie. Das Hoch, ich mach's mal, ich schieb's ein bisschen rüber, dann kann man's besser sehen. Ist gelogen, ich schieb gar nichts hier. Gibt's ja gar nicht. Dann ist doch hier oben. So, dann kann man den hier ein bisschen besser sehen, wo die Hochmarke da bisher war. Wir können uns das Ding mal angucken. Ist das impulsiv? Ist es korrektiv? Ich hab doch von Short gesprochen. Also sprich, wir hatten ja mal so angedeutet, naja, vielleicht geht das dann jetzt ja noch mal einmal hier so runter in die Zone. 15.400 plus minus beim DAX-Index. Wenn ich mir den Anstieg angucke, hier Rücksetzer, hier Rücksetzer, hier, noch sind sie immer kleiner werdend, aber ich sag mal so, das möchten wir natürlich nicht mehr sehen, dass er da durchgeht. Also das wäre schon ein möglicher Short. Wer also sagt, ich bin so long mit meinen Aktien, ich möchte irgendwas als Gegengewicht haben, der hat die Möglichkeit, ein CFD, ein Knockout, ein Future, was auch immer ihr handeln wollt, könnt, dürft, hier mal in Erwägung zu ziehen, da ein Short Entry draus zu machen, an der Stelle. Noch lieber wäre es mir, er würde noch ein bisschen weiter klettern, aus zwei Gründen. Dann hätten wir nämlich noch ein bisschen mehr Platz auf der Unterseite, ohne das bullische Bild zu gefährden. Das will ich eigentlich jetzt ungerne aufgeben, das bullische Bild. Aber nach mir richtet sich ja niemand. Das ist ja mal das Doofe an der Börse. Da muss ich mich nach der Börse halt richten. Aber so lange wäre das noch alles gut. Also ein bisschen höher wäre sowieso schick. Ein bisschen noch weiter Zeit verbringen, damit wir hier ein bisschen rechts von der Linie sind, wäre eigentlich ganz praktisch. Also insofern irgendwie sowas fände ich jetzt nicht schlimm. Und immer gucken, letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen, insbesondere wenn das so ein bisschen im Rahmen eines Trendkanals ist. Wenn das so auf halber Strecke ist, ist es doof. Aber wenn man sagen kann, naja Trendkanal, also ich bin jetzt kein Trendkanal-Fan, aber um zu verorten, ob das ein eher maßgebliches oder nicht maßgebliches Tief ist. Das ist nicht 100% Elliot-Wellen-konform, aber wenn an der Stelle der Markt da durchbricht, ist die Chance, dass dieser Anstieg zumindest erstmal vorbei ist, das eigentlich eine ganz gute Chance. Solange wir jetzt noch nach oben gehen, also ich würde jetzt nicht short gehen, immerhin steil hoch, dreiwellig, wenn auch verkürzt. Das ist überschneidend. Und das, na, da wissen wir noch nicht, was es wird. Also noch könnte die Abwärtsseite immer korrektiv sein, also immer noch für die Aufwärtsseite sprechen. Also pauschal jetzt, oh geht doch jetzt schon short, dann kann ich mir das sparen, das abwarten und was er da immer hat. Nee, nee, wartet drauf, dass er hier durchgeht, weil das würde mit dem bullischen Szenarien nicht passen. Also wenn er hoch geht, dann geht er ja automatisch nicht short, weil er das nicht triggert. Und wenn er hier durchgeht, und ihr also an der Stelle überlegt, short zu gehen, ist es nicht mehr so sehr realistisch, dass er auf dem Bullenmarkt ist, weil wir auf einmal nicht mehr steigende Tiefs haben, sondern offensichtlich diesen Rhythmus nach unten durchstoßen. Und das würde eben tatsächlich die Türchen nochmal aufmachen. 15, 600, 15, 500, 400, 300, notfalls noch 200, irgendwie sowas in der Richtung. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Ich bin noch nicht super begeistert von der Longseite. Wenn ich ehrlich bin, mir gefällt dieses Klein-Klein nicht so sehr. Das Tiki-Taka, was hier gemacht wird, auf den kleineren Zeitebenen. Macht mir noch ein bisschen Sorgen. Behalte das mal so halbwegs im Auge. Aber das Gesamtbild ist dadurch noch nicht beschädigt. Also keine Sorge. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. und liebe Grüße.